Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Neatmos with Underground 2. Wir machen jetzt ein paar Autorrenten. Es gibt nämlich jede Menge Extras, wenn wir zurück nach hier besiegen. So, der hat verkackt. Sauber. Wir haben gewonnen. So, nächster ist dran. Komm schon. Komm, wo ist der? Ach man, du doof, ey. Der ist so scheiße, ey. Den krieg ich jetzt aber. Hey Junge, bringen wir es hinter uns. Und da ist der von Duckhaffern, geil. So. Der nächste, der verkackt hat. Das gibt's doch nicht was. Was fahren die sich da für eine Scheiße zusammen? Fuck. Jetzt wird's, jetzt wird's lustig. Ich hab kaum noch Nitro. Scheiße, ey. Ich werd den nicht los, ne? Eigentlich müsste man immer so in die andere entgegengesetzte Richtung fahren, aber... Der hängt mir wirklich am Arsch, ne? Das ist echt hart. Mutter. Biss dich. Ich werd den nicht los, das gibt's doch nicht. Fuck. Er ist halt verkackt. Jawohl. Hey Kleiner, das war wohl ne klare Sache. Guter Schein. Ja, wir versuchen jetzt ein paar Outdoor-Rennen zu machen. Ich hoffe mal, dass ich dann welche freischalte. Irgendwelche... Hey, scheinst du ein netter Typ zu sein. Kleiner Tipp. Geh erstmal in die Fahrschule. Aber die Stimme kenn ich auch. Ich weiß nicht woher. Wenn die Kurven jetzt so fahren, sind die auch geil. So, der nächste... Ah, verkackt. Jawohl. Was für ein Speed wir hier durchrasen, ey. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt aber los. Jawohl. Ja, weiß ich das. Das ist immer das gleiche der gleiche Wagen. Wieder verkackt. Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem los? Okay, hör mal zu, du Weichei. Nimm dich ab jetzt in Acht. Ich will eben langsam mal ne Belohnung dafür haben, dass ich euch alle hier abziehe. Da ist der nächste, der ist die Supra. Hey, Hirni, was grinst du so? Ich bin nicht von dir, Junge. Merk dir das lieber. So. Oh, fuck. Ich dachte, ich komme noch dazwischen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Was geht ab? Alter, Falter, ich bin runtergefallen. Wie geil ist das denn? Hey, Mann, ich hab nichts gegen dich. Du bist nun ein Ull. Schwein gehabt. Wie geil ist das denn? Fuck it, ey. Oh, Mann, Leute, ist das geil. Ja, jetzt haben wir das einzigartige Upgrade. Das wollte ich erreichen. Wo wir gerade hier sind. Man muss also die ein paar, ich glaube, man muss das zehnmal machen und dann hat man so drei Updates oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Eins hatten wir ja schon geholt. Ein bisschen Kohle kriegen wir, glaube ich, auch. Das ist nicht verkehrt. Das heißt mal ein Blanksein. Aber das Problem haben wir wirklich nicht. 50.000, wir haben fast alle Updates schon gekauft. Ja, ist schon ordentlich. StreetX. Ich hoffe ja, dass die Rundkurse genauso verschwinden, wie auch wieder herkommen. Weil die Rundkurse sind in jedem Part wieder da. Warum ich da jetzt so versessen drauf bin, frag mich nicht, aber... Alles einzig, was man sieht. Der dreht so durch, wenn man es so stark denkt. Da ist es. Und wir haben ja gelernt, in den letzten StreetX-Rennen ging es ordentlich ab für uns. Wir sind stärker. Schneller. Besser. Und der beste Starter auch dazu. Das ist richtig geil. Aber wir müssen aufpassen, ne? Die machen ja gerne so Chikimiki-Taktiken. Die Strecke sind wir schon gefahren. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Die machen Chikimiki-Taktiken, dass die einen an die Wand drängen. Und dann hat man am Anfang das schon so nach hinten gehauen, dass man hier voll sich anstrengen muss. Wäre bei mir schon gesehen. Diese Kurve hasse. Schon wieder vier Sekunden, ey. Das ist unnormal, wie viel... Was für ein Speed-Vilo in den neuen Wagen haben, oder? Aber ich fahre auch gerade so überragend, ey. Das ist unnormal. Da muss man wirklich jetzt mal zugehen, dass ich auch mal gut fahre. Neun Sekunden lag mich am Arsch. Ah, fuck. So viel dazu. Ich fahre überragend. Dem Wagen ist aber... Es war echt kein Fehleinkauf. Ich dachte, vielleicht würde es sogar langsamer sein als mein Hyundai Coupé. Aber die Fehlanzeige, der ist krass. Hupsana. So. Das war die vorletzte Runde. Da gibt es nichts. Dann würde ich auch sagen, im nächsten Part machen wir die Drag-Rennen, die alle in der Nähe von der URL sind. Nimmt das nicht immer nach dem gleichen Schema Abläuf, weil das ist auch kacke. Racks haben wir noch nicht mehr gehabt. Racks haben wir lange nicht mehr gehabt. Street-X, Sprint, Drift. Rundkurse viel zu oft dafür, die ja trotzdem immer wieder kommen, die Rundkurse, warum auch immer. Weiß der Geier, warum. Da könnt ihr nichts von lynchen für diese Kack-Rundkurse. Die habe ich auch schon damals bei Nikos-Profronted gehasst. Ach, ey. Vor allem bei der anderen Grunde 1 waren die nicht ganz, ganz schlimm. Sauber. Immer wenn dieser Bildschirm kommt, wisst ihr, wann ich auch schon neu aufnehme. So, dann würde ich sagen, düsen wir direkt mal dahin. Scheitig, du wolltest hier lang fahren und fahren auch immer. Affe! Jetzt riecht um, jetzt riecht der wiederum. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. So habe ich schon. Wir müssen doch eigentlich noch eine Erkundungspapen haben, weil es jede Menge Geldscheine aufgetaucht und versteckte Rennen habe ich auch jede Menge gesehen, vor allem Cole Harbourist oder East. Genau, keine Ahnung. Hier zum Beispiel ist wieder eins. Ja, hier ist wieder ein Rundkurse. Aber den mache ich nicht. Den mache ich nicht. Sich nicht ein. Ja, der kommt eh wahrscheinlich als festes Rennen hin. Nicht nur so beragend. Das ist überall. Und hier ist das Drecklein. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Oh ja, die haben ich gar nicht gesehen, ey. Scheißen Dreck. Kann der wieder abgehen, wenn er perfekt schaltet. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Und da ist direkt auch ein Spezialevent. Das heißt, wir machen die Dreckrennen. Und dann können wir die Spezialevent auch woanders empfangen. Die URLs sammeln sich. Boah. Aber Leute, das war's für diesen Part. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Bis dann. Und ciao.